Das will niemand, oder? Das könnte ziemlich wehtun. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Seever. Wie lösen wir das? Naja, vielleicht ganz einfach. Eins, zwei, drei, vier. Ah, das war vielleicht nicht zu schnell. Aber lern das. Es ist einfach zu lernen. Es sieht vielleicht nur sehr schnell und sehr kompliziert aus, ist aber machbar. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen.